Ja, hi ihr Leben, hier ist es dann schon bei meiner Pata Reutungscoach in Hamburg im schönen Berlin und manchmal auch in der Nähe von München. Ja, Liebeskummerwoche und wir haben mal die ersten zwei Fragen. Kannst du bis Sonntag von 10 Euro vergünstigten Liebeskummerkursen profitieren? Das ist bei mir das Modul 0, Modul 7, packe ich hier unten nochmal drunter. Der Code heißt Liebe, überinteressanterweise einfach. Ja, erste Frage ist, ich kriege immer noch Herzkasper nach einem Jahr, wenn ich meinen Tox-Ex, wie das ja immer so schön sagt, also meinen als toxisch empfundenen Ex-Partner sehe, mit dem ich vielleicht eine liebessüchtige Beziehung hatte, kriege ich immer noch Herzkasper, wann hört das auf? Also erstmal ist natürlich die Grundregel ist immer Null-Kontakt. Ich weiß, es lässt sich nicht immer umsetzen, aber Null-Kontakt ist Null-Kontakt und Null heißt nicht eins oder zwei oder 0,1, Null heißt Null. Null heißt kein Stalking von irgendwelchen Profilen, keine Fotos angucken, kein echter Kontakt, kein WhatsApp-Kontakt, kein Kontakt über Freunde und möglichst auch keinen sehen. Also auch nicht, ich würde auch sogar empfehlen, nicht, wenn man weiß, dass der Ex die und die Straßen lang geht, dann geht man eben eine andere Straße lang. Ich weiß, brauchen wir jetzt nicht wieder alles aufdrüsseln hier, dass es manchmal nicht geht oder das heißt, das heißt nicht geht, also extrem aufwendig wäre, bestimmte Sachen zu machen, weil es vielleicht der Nachbar ist und ich weiß nicht was. Aber gut, letztlich kann man das immer überlegen, wie weit ist man bereit zu gehen sozusagen, das nicht mehr zu sehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also wenn man wirklich so gut an sich arbeitet und im Großen und Ganzen auf Null-Kontakt ist und dann vielleicht mal den Ex sieht oder so, da ist jetzt mein Gefühl so, dass das ja, dass das eigentlich so nach durchaus anderthalb Jahre dauern kann. Das ist so ein Zeitraum, wo ich das Gefühl habe, danach kippt es dann, wie gesagt, wenn man all diese Sachen nutzt, die man dann nutzen kann, kippt es dann eigentlich so in die Richtung, dass man, ja, dass es häufig bricht, wenn man den Ex nicht ewig auf den Podest stellt. Habe ich ja gestern schon gesagt. Und ja, es kann gut sein, dass man nach einem Jahr noch denkt, Himmel, 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 wann hört das auf? Und man sieht ihn dann vielleicht ein Dreivierteljahr später, also nach dann noch vielleicht zwei Jahren oder so und man fühlt wirklich absolut nichts mehr und denkt nur noch, hm, was habe ich denn daran gefunden irgendwie? Also das kann wirklich komplett kippen in eine gute Richtung und manchmal hilft dann auch wirklich eine neue Beziehung, dass man einfach, also jetzt nicht jetzt sofort nach so einer Geschichte, aber wenn man dann genug das verarbeitet hat und dann wirklich in eine neue Beziehung geht, das hilft dann manchmal auch, das Alter abzuschließen, weil einfach der Liebeschip dann wieder neu besetzt wird, quasi. Chaocheide